Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wayfever. Ich bin Chaos Lady, ich werde euch heute ein paar News mitteilen. Es gibt nämlich was Neues und deswegen habe ich gedacht, ach dann machen wir das mal ganz schnell. Ist ja gar kein Thema. Wenn ihr auf Wayfever seid und mal ins Forum geht, also hier auf Community und dann runterscrollt zu News und dann zu AMA November 2023. Dort findet ihr die Informationen, um die es heute geht. Und zwar nämlich, dass das AMA für dieses Jahr angekündigt worden ist. Ihr könnt bis zu drei Fragen in einem Google Formular einsenden. Hier unten ist der Link. Deswegen habe ich euch gerade genau gezeigt, wie ihr dorthin kommt, damit ihr diesen Link aufrufen könnt. Weil es kann sein, dass wenn ich den euch in die Videobeschreibung packe, dass das vielleicht nicht so einfach mit dem Handy aufrufbar ist. Ich werde es euch aber trotzdem reinpacken. Gar kein Thema. Das AMA hat gestern gestartet und geht noch bis 22. November 12 Uhr BDT. BDT bedeutet bei uns 21 Uhr. Also am 22. November 21 Uhr deutsche Uhrzeit könnt ihr Fragen einreichen. Dann macht Niantic einiges. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, ob sie in diesem Themenbildungszeitraum irgendwas von uns wollen oder ob sie alles selber entscheiden. Weiß ich jetzt nicht so genau. Konnte ich jetzt hier so nicht herauslesen. Ja. Wenn ihr Fragen habt zu Wayfarer, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Den findet ihr auch in der Videobeschreibung. Und im Kanal Wayfarer ist der Kaywin unterwegs. Und der ist Botschafter und der weiß quasi so viel wie ich im Pokémon Go weiß, weiß er über Wayfarer. Und wenn ihr dort erstmal eure Frage stellt, stellt sich heraus, ob er die Frage beantworten kann. Und wenn er die Frage beantworten kann, braucht er sie nicht hier einreichen. Es wäre halt schön, wirklich mal Fragen zu haben, die vielleicht nicht super einfach eh schon zu beantworten sind, weil sie vielleicht schon tausendmal beantwortet worden sind oder so ähnlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde sagen, ihr seid informiert und wir gehen zurück und schauen uns meine Statistik an. Ich habe in der letzten Folge sechs Bewertungen durchgeführt und habe jetzt fünf Prozent auf mein Upgrade dazu bekommen. Hier sieht man es. Ich habe sechs Bewertungen durchgeführt. Und das heißt, ja, sechs Bewertungen, fünf Prozent, beachtliche Quote, 83 Prozent. Wow. Das ist zwar keine Garantie, dass es wirklich diese sechs Bewertungen, es kann auch noch eine ganz alte Bewertung gewesen sein und eine andere Sache war falsch. Aber das ist jetzt mal nicht so wichtig. Vielleicht noch eine Sache. Wailfarber verschickt aktuell komische E-Mails im Sinne von, du wurdest gesperrt und wenn du dich jetzt nicht benimmst, dann sperren wir auch deinen Pokémon Go Account. Diese E-Mails sind ein Fehler. Die sollten eigentlich nicht verschickt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. und glaubt nicht immer gleich, was in der E-Mail steht. Also, die E-Mail suggeriert einem, dass ihr falsch bewertet hättet. Das ist aber nicht korrekt. Und, ja, in der E-Mail steht ja auch drin, dass euer Wailfarber-Account gesperrt wurde, aber der ist gar nicht gesperrt. Wenn euer Account gesperrt ist, dann könnt ihr eure Statistik nicht mal anschauen. Ja, also, ihr loggt euch ein und dann kommt direkt ein weißer Bildschirm mit Niantic-Logo und einen schwarzen Balken. Und in dem schwarzen Balken steht dann drin, keine Ahnung, du bist gesperrt oder sowas ähnliches. Hab jetzt leider keinen Screenshot davon, wie so eine Sperrung aussieht. Also, ihr kommt dann wirklich nicht mehr rein. Ja, also, das, ja. Die E-Mail ist falsch und daran kann man schon erkennen, dass da was nicht in Ordnung ist. Wenn er sagt, du bist gesperrt und du kommst doch noch rein, dann ist ja definitiv irgendwas nicht in Ordnung. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal in die Bewertung, schauen wir mal, was sich da so tut. Ich habe in letzter Zeit ganz normal Inglis gespielt. Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch einige französische Bewertungen bekommen. So, wir haben jetzt hier eine Titelbeschreibung. Dorfladen Bäckerei Feis. Ehemalige Bäckerei Feis, die nun als Dorfladen weitergeführt wird. Sie steht in der Dorfmitte, einen Treffpunkt für Jung und Alt dar. Okay. Aber trotzdem ist anscheinend ein Wandbild vorhanden. Deswegen wurde das fotografiert. Okay. Und cool, dass auf dem Umgebungsfoto dann das Wandbild dann nicht mehr mit drauf ist. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich kann es mir aber vorstellen, dass es da oben ist. Dass das jetzt ein Dorfladen ist, kann man jetzt nicht so gut erkennen. Obwohl doch Bäckerei, Lebensmittel, Getränke. Ja doch, das ist ein Dorfladen. Ist jetzt natürlich blöd, dass der jetzt gerade hier auf dem Bild ziemlich zu aussieht. Also, dass der... Man könnte jetzt fast meinen, der ist vielleicht doch nicht mehr in Betrieb. Ähm... Ja. Haben wir denn hier Street View? So, vielleicht können wir uns da noch weitere Informationen dazu holen. Genau, hier ist das Teil. Ah, es ist sogar ganz anders als gedacht. Ich hatte jetzt gedacht, das Wandbild ist oben drüber. Ist es aber gar nicht. Also wir haben hier ein wirklich sehr großes Haus. Also quasi ein Wohnhaus. Und in dem Wohnhaus ist dieser kleine Laden. Ist doch das hier drüben, ne? Wenn wir jetzt mal hier rüber fahren. Vor allem fahren, ne? So, jetzt hier. Da ist der Laden. Weihnachtsmarkt. 3.12.22. Jetzt wissen wir auch, wie alt die Daten sind. Street View. Da war also der Laden tatsächlich gerade in Weihnachtsstimmung, sozusagen. Ist das jetzt ein Wayspot? Das ist jetzt eine schwierige Frage, finde ich. Ich kann natürlich nicht wirklich gut beurteilen, ob das jetzt ein toller Treffpunkt ist oder so. Jetzt gehen wir mal noch weiter runter zu... Ähm... Wie sieht denn die Umgebung aus? Wayspot-technisch, meine ich. Okay. Also das ist jetzt kein Dorf, das jetzt irgendwie gar keine Wayspots hat. Sonst würde das auch... Sonst würde ich hier eventuell tatsächlich anders entscheiden. Aber... Ja, ist jetzt hier nicht unbedingt notwendig. Hm. Also theoretisch. Müsste man jetzt erstmal durchgehen. Ist das Ding öffentlich zugänglich? Ja. Das ist ja gar nicht... Da ist ja immer noch ein englischer Text. Was soll das denn? Ist der Standort sicher und für Fußgänger öffentlich zugänglich? Ja, der ist sicher. Ist der genau? Äh... Das war eigentlich schon sehr genau. Klar, man... Also das Wandbild ist hier. Der Laden... Ja, der Eingang vom Laden ist aber eigentlich hier. Ist aber okay. Passt schon. Ist wirklich genau. Ja. Ist das dauerhaft vorhanden und wiedererkennbar? Ja gut, ob das wirklich dauerhaft vorhanden ist. Also es ist nicht in der nächsten Saison weg. Aber es kann sein, dass es in ein paar Jahren vielleicht weg ist. Aber das ist ja unwichtig. Kann man hier Kontakte knüpfen? Ich würde schon sagen, dass man da Kontakte knüpfen kann, wenn er sagt, das ist ein Treffpunkt. Aber man kann in dem... Man kann sich halt dort nicht hinsetzen und zusammen sich da... Also man kann sich zwar auf die Bank hinsetzen, aber das war es dann auch schon. Das ist ein bisschen wenig. Also ich würde jetzt hier mal sagen, ich weiß nicht. Sport würde ich sagen, nein, ist da nicht so. Also ja, das kommt jetzt darauf an, wie ist sportliche Aktivitäten genau gemeint an dieser Stelle. Es ist halt kein Trim dich fahrt, du kannst jetzt nicht vor Ort, solltest du jetzt vielleicht nicht unbedingt deine Sit-Ups machen. Sieht halt einfach nur doof aus, aber natürlich könntest du es machen. Platz wäre ja irgendwie da. Sagen wir es mal so. Jetzt sollten wir nochmal kurz hier nochmal reinschauen. Guck mal, also wenn da gerade kein Auto steht, dann hast du da auch Platz. Platz, so ist nicht. Du kannst mit dem Fahrrad hierher fahren, du kannst dorthin wandern. Also theoretisch könnte man auch ja sagen. Erkunden, ist dieser Ort deiner Meinung nach von Bedeutung und örtlicher Bevölkerung? Genau da könnte man jetzt zum Beispiel weiß nicht oder nein sagen, weil ich finde den jetzt nicht so besonders, dieser Punkt, diese Bäckerei oder dieser Dorfladen. Weil ich das einfach nicht so gut beurteilen kann, sagen wir es mal so. Historisches Schild, nein. Einzelhandel, ja, aber ja doch, es handelt sich ja auch quasi auch darum. Historisches Gebäude, nee, so alt ist das Gebäude, glaube ich nicht. Es ist auch kein Ortsschild, es ist kein Kulturzentrum, sonstige, würde ich jetzt auch einfach sagen, nein. Und ich sage jetzt hier Wandbild. Ich möchte gerne das Wandbild hinzufügen. Das ist für mich wichtig. Kunst ist es nicht. Es ist eigentlich was sehr Generisches. Also, ja, schwierig. So, warum kann ich jetzt nicht absenden? Wo habe ich jetzt noch was vergessen? Achso, Duplikat. Duplikat, nein, kein Duplikat. Habe ich denn tatsächlich den Button da oben übersehen? Ja, und so schicke ich es jetzt halt mal ab. Ich gucke, dass ich heute nicht die 20 Minuten überschreite. Diamantes, beste Freundin. Beste Freundin der Mädchen. Ah ja, es ist ein Graffiti auf einer Jalousie oder Rollo. Und von einem Laden. Ja, von einem Laden irgendwo in einer Fußgängerzone, okay. Ich würde ja fast sagen, ist das überhaupt in Deutschland? Also, wir haben auf jeden Fall mal kein Duplikat. Ich möchte gerne wissen, wo das gerade ist. Ist halt cool, wenn man einfach den Text nicht lesen kann, weil die Punkte einfach immer größer werden. Furchtbar. Ich würde sagen, es ist in Saarbrücken. Okay. Also, ja. Saarbrücken. So. Und dann schauen wir uns doch mal. Wir haben hier kein richtiges Street View. Okay. Jetzt weiß ich nicht. Ich bin jetzt eh ganz woanders gelandet. Ah ja, okay. Das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. Da kann ich nicht hier rüber schauen. Das funktioniert nicht. Aber hier könnte ich vielleicht noch mal reinschauen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist der Waste-Bot? Irgendwo in diese Richtung quasi. Wer weiß, wie alt das Bild ist. Keine Ahnung. Da ist ja ein Lego-Laden. Oh, das darf das Kind darum nicht sehen. Nachher will er jetzt noch nach Saarbrücken und zu diesem Lego-Laden. Ei, ei, ei. Ähm. Okay. Also, anhand des Umgebungsfotos hätte ich, wäre ich jetzt, komme ich da irgendwie nicht hin. Keine Ahnung. In anderen Ländern wird sowas auf jeden Fall als Waste-Bot genommen. Ist vielleicht tatsächlich sogar, könnte sogar ein Juwelier sein. Von, vom Bild her. Aber das heißt ja nichts. Da kann, da kann sonst was drauf sein. Ich würde sagen, ja, das ist ein Waste-Bot. Das ist kein Duplikat. Ähm. Sicher zugänglich. Äh, öffentlich zugänglich. Ja. Sicher. Ja. Genauigkeit. Äh, weiß nicht. Bin mir da nicht so ganz sicher. Der Standort macht mir da gerade so ein Problemchen. Ich kann das einfach nicht erkennen. Ähm. Dauerhaft vorhanden. Wiedererkennbar. Ähm. Oh, das ist natürlich ein bisschen schwierig, dadurch, dass das halt manchmal weg ist. Aber theoretisch haben wir bei solchen Dingen auch in anderen Ländern immer gesagt, ja, 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 auch wenn das nicht immer sichtbar ist, ist es trotzdem dauerhaft vorhanden. Ähm. Ähm. Kann man hier Kontakte knüpfen, es ist mitten in der Innenstadt, also ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ich würde sogar, ich würde sogar sagen, hier können auch mehr als 100 Personen, da sind wahrscheinlich jeden Tag mehr als 100 Personen unterwegs. Also, ja, Sport, ja, gut, man kann hinlaufen, mit dem Fahrrad kann man bestimmt auch irgendwie fahren. Also würde ich sagen, ja. Ihr könnt mich gerne aufklären, wie ihr diese Kategorie genau behandelt. Was, aber ich meine schon, dass das in die Richtung gehen soll. Dass man da auch mit dem Fahrrad vorbeifahren kann. Ohne Probleme. Oder, wenn das jetzt im Gebirge wäre, dass man da klettern kann. Von mir aus. So, ähm. Ist dieser Ort von Bedeutung für die örtliche Bevölkerung? Ich denke schon, das wird ja irgendein Laden sein oder so. Und, ähm, man kann sich das Graffiti anschauen. Ja, schwierig, schwierig das jetzt gerade in Worte zu fassen, finde ich. Könnt ihr mich gerne in den Kommentaren dazu, ähm, natürlich auch was dazu schreiben, ne? Logischerweise. So. Äh, es ist keine Statue, es ist ein Wandbild, es ist keine Skulptur und es ist ein Graffiti. Würde ich auch dabei bleiben, absenden. So, wahrscheinlich schaffen wir jetzt nur noch eins. Das ist jetzt ein französisches, ähm, übersetzend in Deutsch. Ja gut, er denkt, das ist Englisch. Dann müssen wir erstmal von Englisch. Diese Seite ist nicht auf Englisch. Dann muss ich das gerade mal kurz auf Französisch umstellen. Französisch. Übersetzen. So. Äh, geschnitzte Biene. Geformte Biene, die auf der Verkaufsstelle für Onig hinweist. Ah ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein Wasteboard, das ist eine, das ist Kunst, ähm, ist es sehr, auf jeden Fall nichts Generisches, das man irgendwie im Laden kaufen kann oder so. Äh, Verkaufsstelle für Bio-Honig im Dorf. Verkaufsstelle für Bio-Honig im Dorf, okay. Schauen wir mal, ob wir per Street View das auch finden. Ja, finden wir. Da ist sogar, wow, die Farbe ist ja schon weg. Oder sie haben, ah, oder sie haben das mal später dann, ähm, so schön angemalt. Kann ja sein. Damals, hier war es halt noch nicht angemalt. Kein Duplikat, ist, ähm, öffentlich, ja, ist ein Laden, die wollen, dass da Leute hinkommen. Ähm, Fußgänger können das, ähm, sicher erreichen. Genauigkeit ist vorhanden. Dauerhaft, ja, theoretisch schon. Kontakte knüpfen, auf jeden Fall. Äh, wie viele Personen? Hier ist Platz, da ist Platz, da ist noch Platz, und da drüben ist noch Platz, und da ist noch Platz. Also theoretisch, also schon eine große Gruppe, wenn nicht sogar, ne, komm, ich würde schon sagen, mehr als 100 Personen haben da schon Platz. Ich würde da schon übertreiben, größere Menge. So, Sport, sag ich halt wieder ja, weil ich gehe davon aus, man kann ja hinwandern, man kann ja hinfahren mit dem Fahrrad, also passt das. Und, ähm, für die örtliche Bevölkerung, ist das interessant? Ja, klar, man kann dort Bio-Honig kaufen, logisch. Bildhauerei, das passt nicht. Statue, ja, Skulptur, ja, Reformhaus, nein. Ähm, es gibt doch Einzelhandel, oder? Lebensmittel, Einzelhandel kann man dazu packen. Und, ähm, Holz, Holz. Ey, ich hätte jetzt eigentlich schon gedacht, dass man noch was zweites hinzufügen kann. Oder gibt's das jetzt mit dem Holz nicht mehr? Okay, witzig. Hä, was ist da los? Ich bin doof. Witzig ist das nicht mehr da. Ich hab das Gefühl, der ist irgendwie jetzt gerade total, klem, klem. Kunstwerk. Holzschnitzerei. Was war jetzt daran so schwer? Einzelhandel, Lebensmittel. Keine Ahnung, egal. Wachs, behalte den Back doch selber. Absenden und fertig, ne? Ja, ich wollte unter 20 Minuten sein. Wow, hab ich viel bewertet. Waren das jetzt überhaupt vier? Statistik. Nur drei. Äh, kommt, passiert. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, auf dem Discord-Server, in der Videobeschreibung findet den Link dazu. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. In der Videobeschreibung findet ihr noch weitere Kanäle von mir. Bis zum nächsten Mal. Batsch!